Was? Schon sechs? Hallo! Herzlich willkommen! Hallo! 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 Herbstlich willkommen! Herbstlich willkommen! Herbstlich willkommen! Herbstlich willkommen in der Gegenwart und in der Vergangenheit und in der Zukunft. Wir sind heute überall. Wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du es getan. Das Warten war es nicht mehr dein Plan. Dann verschwindet die Zeit darauf du in ihr. Wenn Stunden sich wie Sekunden anfühlen, dann seid ihr bei Klaus dem Wohnzimmer, Staffel 6. Oder so. Klaus dem Wohnzimmer, Staffel 6. It's time! Sind die mit drauf?